Du hast dir gerade eine LeBara SIM-Karte gekauft? Super! Willkommen in der internationalen Familie. Mit uns kannst du in über 200 Länder günstig telefonieren und surfen. Vorher musst du dich bei uns registrieren und wir zeigen dir wie. Du brauchst drei Dinge. SIM-Karte, Ausweisdokument und Internet. Wir machen gleich einen Videocall mit dir. Dazu kannst du dein Handy oder deinen PC nutzen. Achte darauf, dass deine Kamera und dein Mikrofon gut funktionieren. Los geht's! Auf unserer Website wählst du deine Nationalität aus, dann dein Ausweisdokument. Falls dein Ausweisdokument nicht erkannt wird, wähle bitte das Postident-Verfahren. Wenn aber alles geklappt hat, gib deine Rufnummer und die letzten vier Zahlen deiner SIM-Kartennummer ein. Jetzt noch deinen Namen und deine Adresse eingeben. Warum? Das ist ein deutsches Gesetz. Deswegen müssen wir die Daten auf deinem Ausweisdokument erfassen und dich identifizieren. Dazu machen wir zuerst Fotos von deinem Ausweisdokument. Bitte zeig beide Seiten deines Ausweisdokuments in die Kamera. Dann dein Gesicht. Damit wir dich und dein Ausweisdokument erkennen können, brauchst du gutes Licht. Übrigens, wir erkennen Ausweise aus über 50 Ländern. Wenn alles passt, startet der Videocall. Wenn unser Mitarbeiter sicher ist, dass du die Person auf dem Pass bist, hast du es geschafft. Klappt der Videocall nicht? Dann wähle das Postident-Verfahren. Du kannst dich bei jeder Postfiliale registrieren. Du trägst deine Daten ein, druckst alles aus und zeigst den Coupon und deinen Pass bei der Post vor. Schon bist du fertig. Telefonieren oder surfen. Jetzt kannst du richtig loslegen. Über unsere App steuerst du ganz bequem alles, was du brauchst. Na, wen rufst du zuerst an? Untertitelung des ZDF für funk, 2017